Willkommen zu einer weiteren Aufnahme zum Let's Play Pokémon Shiny Guide. Beim letzten Mal haben wir gegen diese Anglerleute hier gekämpft. Das ist der erste Mal. Das ist der erste Mal. Das ist der erste Mal. Und so weiter. Nach einer Stunde. Und so weiter. Hallo. Oh, ist wohl ein Bug. Oder habe ich das nicht gesehen? Egal. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Meine Pokémon sind ein bisschen angeschlagen. Fällt mir gerade ein. Ich werde dich am besten mal heilen. Und dann... Ja. Soviel dazu. Schon mal Pokémon heilen. Hoppibiep. Yeah. Ich haue ab, weil ich stärker bin. Yeah. Ähm. Ganz vorsichtig ranpirschen und unbemerkt nach vorne schleichen. Das gibt's doch gar nicht. Warum eigentlich stalken sie mich? Diese Dinger. Ich muss mal kurz meine Anlage ein bisschen runterdrehen. Sonst fange ich noch an, lauter zu reden als nötig. Ach ja. Und wegen der Webcam-Geschichte. Das werde ich gleich machen. Erstmal... Wo, wo diese Pokémon-Center? Hier. Blalalalalala. So. Erstmal heilen. Dann gehen wir erstmal zur Route. Und dann, wenn ich dann hinten bin... Also... An dieser Brücke mit den Anglern. Dann werde ich... Die... 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 Die Gesichtskommenderer zum ersten Mal aktivieren... Nicht die... Aktivieren... Oder wird... Die wie... Nämlich usw. Weil... Webcam aktiviert Abwehrkräfte.... Oder so, wie das heißt... Nee. Also... Die Optimil-Scheiße, ist doch blöd. Ja, so ist das nun mal. Ja, ja, ja... Manchmal muss ich bei all den komischen, sinnfreien Sachen lachen. So. Herr Piep! Yo! Moin! So seh ich aus! So hässlich bin ich! Hab schon 50 Milliarden mal hintereinander den... ...verreich wie den hässlichsten Menschen in der Welt gewonnen! Und ich werd's wahrscheinlich noch dieses Jahr schaffen! Also... Ich hab' mir die aber irgendwie anders vorgestellt vom Aussehen her! Ich mit meiner Anlage mal wieder kurz und leiser! So... Ich hab' mir die irgendwie anders vorgestellt! Irgendwie doch... Äh... ...irgendwie... ...keine Ahnung... ... Beviel bin, hat MorLaTKO Tower! Ich wahr's сыng! LaFolמה thyme! Die Gäse doohy! Ja! So seh' ich alsoo, bin ich nunmal! Oder bitte? Wenn du nicht kämpfen möchtest... ...dann, äh von der gut*** ...vermeide einfach Augen-Kontakt! Also Blick-Kontakt! Genau! Nur zur Solle! Ich könnte nicht präsent. Ja! mà! Ich will's wenig dazukommen. Aber ich mach dich nicht. Ich will's jetzt nicht einmal, das liebste... Du liebst dieses Low Pocktail. Wolltest du einen von diesen... Meckern schmackhaften... Ähh wie nennt man? Flakmonroten? Für dich jetzt! Für dich! Für 1.000.000 Euro oder Tala oder Dollar oder Rubin oder was auch immer. Du willst es? Nein. Du willst nicht? Das ist Krim. Schuuu. Natürlich. Ach, hier ist auch ein Poké Center. Wusste ich nicht. Oder hatte ich nur noch einen Radar? Hier ist es so groß. Zwischendurch war dir das ein sehr guter Angelplatz. Hast du diese Leute angeln gesehen? Wie ist sie mit dir? Wie bestellt? Ein wenig mit einer dieser Angelrouten? Natürlich. Ja, das ist wirklich echt gut zu hören. Nun, nimm diese, dass sie den. Okay, heute hat er eine alte Route bekommen. Angel ist großartig. Wenn da Wasser ist, sei es die See oder ein Fluss oder sowas, dann probier einfach die Angel aus. Was soll ich mit Pokémon tragen lassen? Das ist ein Flächen-Item, das den Angriff stärker erhöht. Na, keine Ahnung. Ja, so ist es nun mal. Oh. Äh, äh, denn es ist von Viola City. Ja, was voll besiegt. Yo. Manchmal ist irgendwie so ein Krofon, ein bisschen über der Pop-Schutz steht. Manchmal bewegt sich den Text manchmal nicht richtig. Das soll immer ein bisschen... Äh, ich muss bald ein bisschen rumprobieren. Was wollte ich denn nun mal... Ach, quatschen gleichzeitig. Ich hab' ja Wumpe. Yeah. Bitti. Stieb, du Teibchen. Bin ich denn auch wirklich nicht zu laut? Ich bin mal raus. Achso, ja. So. Ja, Schwalbini, glaub ich, ne? Schwalbini. Äh, Tega. Ich muss hier mal auch mal ein bisschen noch und so. Und ich sollte mal achten, dass die Facecam vielleicht mal... ...während der Kämpfe, wenn der Kampfbildschirm ist... ...mal abschalten, weil... ...mach ich jetzt mal was... Manchmal steht die Gesichtskamera... ...dem Pokémon hier. Bisschen im Weg. Also die große Pokémon... ...und so weiter... Ich meine, ich meine, ich meine, ich meine, hier. Oh, oh, sieht man gar nicht. Hier, was ist die Maus? Also hier oben, irgendwo, ne? Da steht das manchmal umso, wie versperrt man sich, das meine ich. Spädo. Nope. Wir wollen doch kein, äh, Habita, genau. Oder, ich muss mal sagen, ich bin hier irgendwie ein bisschen durchsonder. Ja, manchmal denke ich, habe ich tausend Sachen gleichzeitig im Kopf. Die bewegen sich alle gegeneinander, also Gedanken. Ich bin auch ein bisschen durchsonder. Hm. Ist ein bisschen dunkel im Hintergrund. Naja. Genau, und wie immer. Ja, ich weiß, ob es meine Schwäche ist. Ja, oder auch nicht, ja. Was soll denn? Ja, genau. Ist ein bisschen dunkel im Hintergrund, weil ist ja auch etwas dunkel. Draußen, wie spät haben wir denn eigentlich? 16.54 Uhr. Ja, genau. Das sieht man manchmal schon mal im Gesicht nicht. Eeeh, Schloch! So hört sich der Ruf eines Zubat manchmal an. Nicht nur manchmal, sondern sehr häufig. Ach, ich kann die auch an Voltilamm fangen. Machen wir mal. Fällt mir gerade ein. Voltilamm! Voltilamm! Wo bist du? Bist nun überm Damm? Keine Wolbe! Oh, was? Wir möchten Männer! In unserer Mannschaft! Nein! Nein! Immer diese Weiber hier! Das gibt's doch gar nicht! Oh! Kaum darf ich mich umdrehen! Schon kommt wieder da... Nix! Da fick dich! Hau ab! Schloch! Ähm, ein Zubat war... Abschluss! Habieb! Nix da! Ich möchte ein Voltilamm aus dem Weg... Aus dem Weg... Mann! Äh, Schloch! Sag ich gern... Wann gibt's Fledermäuse im hohen Gras? Das hätte ich jetzt echt nicht von dir erwartet! Und wir machen mal... Ich weiß... Elektro-Pokémon gegen... Funkel-Pokémon... Also Flug-Pokémon... Ist irgendwie... Naja... Aber das ist halt so! Mal hier, die Pokémon sind alle zwischen Level 4 und Level 6... Und ich bin Level 16! Ich bin doch irgendwie zu stark! There is too much power! Halt die Lamm! Und kommst du mal! Und bitte kein Wal! Ich möchte eine reine Mängermannschaft! Plino! Oh! Kann man... Ich geh mal ein bisschen hier? Oh! Da ist sogar ein Ball! Ratatouille! 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 Nee! Nix da! Hau ab! Ich will einen Voltilamm! Mann! Pauschen! Also trank! Oh! Vielleicht sollte ich mal... ...n Voltilamm... ... Offscreen fangen! Winkoll! Und dann mal versuche ich noch! Winkoll! Oh! Oh! Mann! Winkoll! Dann fange ich das halt Offscreen, wenn ich hier die Aufnahme durch habe! Dann werde ich mich nochmal wiederum bemühen! Dass ja vielleicht mal ein männliches Voltilamm kommt! Und keine Weiber bitte! Oh! Oh! Gnuchhünse! 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 Ach Mann! So! Arschloch! Du bist doch selber ein Arschloch! Hast keine Augen! So! Geh mal ein bisschen hier! Versuche ihn ein paar Mal! Ein, zwei Mal! Und dann ist Feuerabend! Ratatouille! Nix da! Ratatouille! Verpiss dich! Jaaaa! Oh Pip! Hüpfen kannst du! Aber verpiss dich lieber! Hallo! So! Wollen die Lämmen sind hier extrem selten einzutreffen! Nix da! Ja! So, gut! Dann nehmen halt nicht! Ich heile nochmal die Pokémon! Ich hab' einen Tidem gefunden! Oh! Ich hab' einen Tidem gefunden! Oh! Ich hab' einen Tidem gefunden! Ich hab' einen Tidem gefunden! Und der von meinem Haus öden! Ja, 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 ja! Boah! Was für ne Überraschung! Ich hab' niemanden hier erwartet! Ein schlecht berasierter Wanderer! Heiker Daniel Radcliffe gegen eine Taube! Eine Taube-tau-äh! Hallo, ich dachte immer hier! Hier eine Taube-Taube! Eeeh! Good morning! Kippe, mein Tyraschok! Kämpfe um dein Leben! Neue? So ist euch. Ö-Öl-Knowl-Knowl. Öl-Knowl-Tötet-Boneys. Yeah. So. Und damit haben wir uns auch schon geschafft. Jajaja. Oh. Ich hab' ich nicht gelesen, aber ich ist auch wumper. So. Und ich sollte, weil... Dings-Kirchen. Switch-Bitch. So! SwissBitch SwissBitch Es gibt eine Internetadresse Und die gibt es tatsächlich SwissBitch.ch Also SwissBitch.ch Es gibt tatsächlich SwissBitch Und wenn man Den Namen mit der Top Level Domain Zusammentut, also den Punkt rauslässt Dann kommt raus Richtig SwissBitch Deswegen bin ich gerade drauf gekommen Ähm, wo hab ich hier? Poggeball Poggeball los Ab in Sklaverei mit dir In meine Herrschaft Das des Pogentums Ja, ja, ja Wie, ich lebe Lieb im Untergrund Wenn es mir irgendwie Blablabla und so weiter und so fort Ja, und so weiter und so fort Ich hab keine Lust, dass sie übersetzen Weil ich zu blöd dafür bin Äh, oh Oh, ein Schubelball Hallo Mein bester Ich bin elf Level stärker als du Das gibt's ja gar nicht Oh Du bin ja zu Leocidier Meine Pokémon Lass mir deine Meine Pokémon sehen Wie gut du bist Ob wie gut du mich zum Kämpfen bist Oder wie auch immer Egal So ist das Leben nun mal Rüssel Ja, Rüssel Mit einem Mh Äh, Mann Ich denke immer hier ist Das Pokémon-Menü Aber da ist es hier Weißen, im Original Nicht ein bisschen anders Egal, keine Ahnung Mh, Sport Ja, ein bisschen Sport treiben Gymnastik und so weiter Das tut auch gut Aber das ist einfach nur zu viel des Guten Yeah Ich ist so effektiv Mh, Juju Wir schießen weiter auf dich Hey Kleinstein Vielleicht kommt noch ein Kleinstein Plus, ja Ja Level 19 Oh Plus 2, plus 2, plus 1 Nur Speed ist plus 1 Ein bisschen Speed Momentoil um die Ecke Naja Ist halt so Hey Kleinstein Haben sie eine Lebensberechtigungsbescheinigung? Äh Nein, nein Sie haben keine Lebensberechtigungsbescheinigung Also Kleinstein Weg mit dir So Wer keine Lebensberechtigungsbescheinigung hat Der muss weggetötet werden Hmm His done Is Hof bin Boh I I Was I Bis zum nächsten Mal.